So hallo, das ist Monty Uncut und heute im Stream das zweite Video von Roman der Bauer. Es nützt nichts, aber wir haben jetzt schon einige Zeit nicht oder jetzt nicht mehr so viele Reactions gemacht und deswegen sind so ein paar Videos von ihm jetzt so quasi in die Queue gelandet. Und deswegen gucken wir jetzt folgendes, nämlich das Video Intel 12900K, Takt, Aufbau, Spannung und was schreibt er sonst noch? Und Overclocking erklärt, Featuring MSI, achso, wird gesponsert das Ganze von MSI höchstwahrscheinlich. Trotzdem sehr interessant, sicherlich das Video geht 25 Minuten und deswegen sputen wir uns jetzt mal einfach und gucken mal direkt rein. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem weiteren Video thematisch. Heute nochmal 12900K bzw. generell die zwölfte Intel-Generation. Wir reden so ein bisschen über das Thema Overclocking und generell nochmal so ein bisschen den Grundaufbau der Z96-Plattform bzw. neue Sockel LGA 1700-Plattform. Da hat sich ja einiges getan gegenüber dem Vorgänger, gegenüber dem 11900K. Vieles hat sich auch nicht so verändert. Das Overclocking ist tendenziell sehr ähnlich, als wenn 11900K schon mal... Ja, also jetzt außer mit den E- und P-Cores, dass die unterschiedlich getaktet werden. Ich habe jetzt so im BIOS, also für mich sah alles relativ normal aus und auch die Tatsache, dass halt nicht so viel Overclocking-Potenzial besteht, ist ja auch identisch zu den Vorgängern. ...verwendet hat, der wird sich beim 12900K sehr, sehr schnell zurechtfinden. Trotzdem gibt es ein paar Änderungen und ich habe zumindest mal aus den Kommentaren herausgelesen, dass das einigen noch nicht so ganz klar ist und deswegen behandeln wir das jetzt nochmal komplett. Das Ganze machen wir heute mit dem MSI Mac Z96 Unify-X. Das ist quasi das Overclocking-Board von MSI. Was mir daran sehr, sehr gut gefällt, muss ich direkt mal sagen, da ist so gut wie gar kein RGB drauf. Wenn wir jetzt... Ach, also ich mag es. Ich habe nichts gegen RGB. Okay, es muss jetzt nicht maßlos übertrieben sein. Wenn ich jetzt bei mir so reingucke, mein Maximus Extreme ist ja normal. Also ich würde sagen, das passt eigentlich ziemlich gut. Es gibt einige Bords, die übertreiben es. Aber ganz ehrlich, wenn er sagt, das gefällt mir gut, dass kein RGB drauf ist, ganz ehrlich, dann schalt es doch aus, wenn RGB drauf ist. Man kann es da ausschalten. Also ich habe da besser zu viel fürs gleiche Geld, als wenn ich es nicht habe und dann haben will. Also RGB kann man ausschalten, von daher, es stört doch niemanden. Solche Sticks noch verwenden würden, wie die Vengeance Low-Profile-Riegel, heißen die eigentlich so, auf jeden Fall die Vengeance-Nicht-Dominator-Riegel. Die haben ja nicht mehr RGB, dann kann man daraus echt ein richtig schönes Non-RGB-Setup bauen, was komplett auf Performance getrimmt ist. Leider sind die Riegel hier nicht mehr... Und auch die Speicherregel kann man RGB ausstellen. Alles möglich. Meine schnellsten, deswegen muss ich die mit RGB nehmen, das sind nämlich die Dominator Platinum First Edition DDR5. Und die sind so schweineteuer und dann noch als DDR5, ne? Ich möchte nicht mal erahnen, was diese Dinger kosten. Ah, die sind als DDR4-Regel schon so sauteuer. Aber man muss es halt sagen, die sehen halt schon geil aus, ne? Haben will. Das sind 5200C36, sind die schnellsten Sticks, die ich gerade habe. Die sind da drauf. Natürlich ein 12900K. Retail-CPU, nichts Besonderes. Also es ist eine 0815-CPU, auch nichts vorgetestetes, damit ihr das auch so gut wie möglich... Was ist denn hier los? Don Murray lässt auch nochmal 10 Euro da. Das ist ja schon die zweite Donation heute über 10 Euro. Hier läuft es ja richtig. Mega, mega geil. Schreibt gar keinen Text dazu oder so. Vielen, vielen Dank. ...zu Hause reproduzieren könnt, wenn ihr das wollt. Kühlungstechnisch verwenden wir eine MSI Core Liquid 360er AEO. Das ist auch so das, was ich euch eigentlich mindestens empfehlen würde, tatsächlich für den 12900K. Mein Reden. Das Ding braucht, wenn man ihn im normalen Modus betreibt, mit den 241 Watt, viel Kühlleistung. Ist einfach so. Ich habe hier die Pure Loop 360 dran. Und da waren die Temperaturen ja im Prime auf jeden Fall auch schon sehr, 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 sehr kritisch. Im Prime wohlgemerkt, ne? Nur da, ansonsten waren die Temperaturen wirklich einwandfrei, völlig problemlos. Aber eine All-in-One-Wasserkühlung oder mindestens ein NAD 15 als Luftkühler oder so, das müsst ihr schon haben. Wobei hier unser Ringkeeper hat jetzt 12900K mit einem NAD 15 und er sagte, so der Hit ist das glaube ich auch nicht. Also eine fette Wasserkühlung ist da auf jeden Fall schon nötig. Oder ihr macht es halt so, wie ich das dann vorhabe, wenn ich mein System aufgebaut habe. Ihr nutzt dann einfach den POW-Modus oder einfach manuell wird da einfach die Wattzahl begrenzt. Also höchstwahrscheinlich werde ich da so Richtung 175 Watt oder 150 Watt gehen und dann ist ganz einfach Schluss. Denn das reicht vollkommen aus und dann braucht ihr auch nicht so eine fette Kühlung. Also ein 12900K ist trotzdem möglich. Wenn ihr jetzt keine mega fette Wasserkühlung oder so habt, dann müsst ihr nur einfach im Mainboard die Leistungsabgabe begrenzen. Das ist alles. K, wenn ihr da richtig... Richtig, Troma, mach's gut. Schönen guten Abend. Entschuldigung, dass ich so oft unterbreche. Der Linkstorm hat gerade den Link... Linkstorm, geil. ...zu dem DDR5-Kit rausgedonnert. Ist das denn jetzt der Corsair Dominator, ne? Können wir kurz mal eben einblenden hier. Und da sehen wir es dann. Die sind relativ teuer. Bei Notebooks billiger 400 Euro. Und da ist er, ey, Thomas Wibble-Doll. Ich weiß leider nicht, wie man dich ausspricht. Hat jetzt auf jeden Fall den Button gefunden, um mit Prime zu subben. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr schön. Also 400 Euro, ja, das geht für ein 32GB-Kit, oder? Aber die sehen halt schon gut aus. Und es ist nur 5200 da. Okay, mehr gibt es im Moment auch gar nicht. Aber irgendwie, ne, das ist einfach zu viel Geld. Wenn die CPU nur zum Gaming benutzt, ist das eigentlich kein großes Problem. Da auch nur ein, sag ich mal, mittelgroßdimensionierten Luftkühler zu verwenden. Das ist eigentlich kein Problem. Weil ganz oft wird davon gesprochen, dass die CPU... Moment, ich habe jetzt nicht zugehört gerade. Das ist eigentlich kein großes Problem, da auch nur ein, sag ich mal, mittelgroßdimensionierten Luftkühler zu verwenden. Das ist eigentlich kein Problem. Weil ganz oft wird davon gesprochen, dass die CPU ihre 230, 240 Watt Leistungsaufnahme hat. Aber das hat die CPU ja eigentlich auch nur, wenn man die gewollt so komplett auslastet. Sei das dann Prime 590, Spezialitätstab... Na, was habe ich gerade gesagt? Genau das, was Roman jetzt auch sagt, ne? Nur bei Prime 595 ist es halt so krass. Wir haben ja gesehen, in Spielen braucht die CPU ja nicht mal ansatzweise so viel Leistung. Und da sind es meist so, vielleicht sogar im Glück, nur 100 Watt, ne? Also, wer jetzt nicht so... Oder ein gutes Beispiel, wer Videoschnitt hat. Wenn gerendert wird, dann wird die CPU ordentlich heiß werden. Dann wird die auch ordentlich Leistung verbrauchen und sicherlich auch seine 200 Watt oder so brauchen. Also, dann ist so eine Wasserkühlung auf jeden Fall sehr sinnvoll. Ne, am besten ganz einfach. Dann braucht ihr kein Risiko eingehen, wie ich es gerade gesagt habe. Einfach ein Mainboard begrenzen und gut ist. Dann habt ihr auf jeden Fall Ruhe. Tests, Cinebench oder sowas. Was nur in diesen Fällen ist... Links da, du wolltest ja bei dem Video mal weniger reden. Stimmt. Ist das so? Ansonsten im Gamingbetrieb liegen wir ja typischerweise eher so um die 120 bis 140 Watt. Und das kriegen auch gute Luftkühler durchaus sehr, sehr gut weggekühlt. Wenn ihr übertakten wollt, wie gesagt, Minimum eigentlich 360er AIO. Weil ansonsten kommt ihr eben sehr, sehr schnell an das Limit, wo wir vorher schon sind. Also grundsätzlich die CPUs von Haus aus takten schon sehr hoch. Und wenn man jetzt nicht gerade eine gute Kühlung hat, dann ist man sowieso schon einfach nur durch Temperaturen, durch Leistungsaufnahme und sowas am Limit. Deswegen schaut, dass ihr Minimum 360er AIO habt oder vielleicht im Idealfall sogar Custom-Wasserkühlung. Das Unify-X ist ein One-Dim-Per-Channel-Board. Das bedeutet, wir haben insgesamt maximal zwei RAM-Sticks, die wir verwenden. Okay, das ist ungewöhnlich. Aber es ist ja halt ein reines Übertakter-Board. Und soweit ich weiß, werden das sowieso dann nicht mehr Dimms benutzt. Von daher ist das vollkommen in Ordnung. Aber ich würde jetzt so ein Board für den Normalgebrauch eher nicht kaufen. Das wäre mir zu wenig. Verwenden können. Früher war das immer ein sehr großer Kritikpunkt. Gerade noch zu DDR3-Zeiten. Mittlerweile mit DDR5 eigentlich gar kein Problem. Weil wir, vor allem wenn wir jetzt noch ein bisschen abwarten, ein paar Monate und die Verfügbarkeit besser werden wird. Dann werden wir problemlos auch 128 GB Desktop-Ram bekommen mit zwei Sticks. Ist meistens nicht mehr sinnvoll, nicht notwendig. 32 GB reicht normalerweise für alles. Gerade im Gaming-Bereich und 64 GB im Creator-Bereich. Und es geht mit zwei Sticks absolut. Und ansonsten hat das Board 19 plus zwei Phasen. Gute Kühlung. Wir können uns nachher unter Laster noch die Spannungswandel-Temperatur anschauen. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr solides Board für alles, was ihr damit, ich sage mal, im Alltagsbetrieb, Alltags-Overclocking so anstellen wollt. Wir starten jetzt mal ganz kurz mit dem... Und das ist jetzt halt das, was ich jetzt allgemein bemänge. Ich habe schon tausendmal darüber geredet und ich werde auch jetzt darüber reden und ich werde auch in Zukunft darüber reden. Wenn es euch nicht passt, einfach in die Ohren zuhalten oder so. Es geht um das hier. Es geht um Werbe-Video. Ich behaupte jetzt mal ganz frech, wir gucken mal unter das Video. Hier steht ganz oben das Z690 mehr in Bord. Normalerweise legt Roman das immer sehr offen. Hier sieht man es jetzt aber auch nicht direkt. Ich behaupte, dieses Video wurde gesponsert von MSI. Es ist zu offensichtlich. Hier steht es extra nochmal drin. Das MSI-Mainboard wurde ganz, ganz klar und extrem ausführlich vorgestellt. Und es sieht einfach nach einem Placement aus. Es sieht danach aus. Wenn es nicht so ist, Roman, wenn du das siehst oder so, dann sag mir Bescheid. Dann werde ich das auch im nächsten Video gerade biegen und das nochmal erklären. Im nächsten Stream meine ich. Aber im Moment sieht es für mich so aus, als wäre das ein Placement. Das Problem ist, es steht hier Werbe-Video. Roman ist ja im Prinzip auch fein raus. Er macht ja nichts Illegales. Es ist ja vollkommen in Ordnung. Das Problem, was ich halt jetzt sehe, unten steht es, Tesseract. Wo steht das? Also bezahlte Inhalte. Ja, guck, hier, da steht es sogar. Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Habe ich sogar übersehen. Damit haben wir sogar ganz klar jetzt, das ist ein Werbe-Placement. Bezahlte Inhalte. Das Problem ist jetzt, und das geht mir tierisch auf den Sack. Er sagt es nicht im Video, dass das ein Placement ist. Es steht zwar Werbe-Video da, trotzdem weiß jetzt kein Zuschauer auf diesem Planeten, also jetzt auf dem Fernseher, kannst du unten nicht reingucken. Wenn du es über die YouTube-App guckst, kannst du unten nicht reingucken, was da unter dem Video steht. Geht einfach nicht. Also über die YouTube-App auf dem Fernseher. Und dann weißt du es nicht. Er sagt nicht, dass es Placement ist. Hier steht zwar Werbe-Video. Aber durch diese Bezeichnung Werbe-Video wird das ganze Video als Werbung dargestellt, was es ja gar nicht ist. Und du weißt nicht, dass das jetzt ein bezahlter Inhalt ist. Und das ist scheiße. Das ist einfach scheiße. Nein, der von Miller schreibt auch, das muss er auch nicht, weil er Werbe-Video hier drin stehen hat. Aber eigentlich muss er schon sagen, das ist ein Placement. Das ist gesponsert. Hierfür wurde ich bezahlt. Und das ist ja nicht Romans Schuld, sondern es ist die Schuld der Landesmedienanstalten. Denn die wollen von vielen YouTubern, dass die das als Werbe-Video kennzeichnen. Was es aber nicht ist. Nur das macht es ja viel intransparenter, das Ganze, weil du gar nicht mehr weißt, was ist Werbung und was ist keine Werbung. Und das richtet mich tierisch auf. Also ich bin ja im Moment immer noch so weit, ich habe ja meine Videos nicht als Werbe-Video gekennzeichnet, sondern es steht nur Werbung drin, wenn Werbung da ist. Sonst halt nicht. Und das finde ich auch richtig so. Und ich hoffe, dass das irgendwann mal vernünftig von der Regierung, von den Landesmedienanstalten rübergebracht wird. Genau, es stand ja unter bezahlte Inhalte. Er hat aber nicht gesagt, dass das... Moment, wir können doch mal gerne zurückgehen. Wenn ich Unrecht habe, alles gut. Ich bin ja jemand, der offen eingesteht, wenn er nicht recht hat. Aber meiner Meinung nach hat er nicht gesagt, dass er dafür bezahlt wurde. In einem weiteren Video thematisch heute nochmal 12.900K beziehungsweise generell die zwölfte Intel-Generation. Wo hat er es gesagt? Wir reden so ein bisschen über das Thema Overclocking und generell nochmal so ein bisschen den Grundaufbau der Z96-Plattform beziehungsweise neue Sockel LGA 1700-Plattform. Da hat sich ja einiges getan gegenüber dem Vorgänger, gegenüber dem essentiell sehr ähnlich, also zurechtfinden. Und das ist das einigen noch nicht so ganz klar. Z96 behandeln wir das jetzt nochmal komplett. Das Ganze machen wir heute mit dem MSI Mac Z96 Unify X. Das ist quasi das Overclocking-Board von MSI. Was mir daran sehr, sehr gut gefällt, muss ich direkt mal fragen. Wann hat er es gesagt? Da ist so gut wie gar kein RGB drauf. Ist das jetzt? War das gerade schon? Wenn wir jetzt solche Sticks aufwenden würden, wie die Vengeance Low-Profile-Riegel, heißen die eigentlich nicht. Ich habe es nicht gehört. Nicht gesehen. Die Vengeance nicht-Dominator-Riegel. Dann schreit es mir rein. Die haben ja nicht mehr RGB. Ich habe nichts davon gehört, dass er gesagt hat, dass es ein Placement ist. Was komplett auf Performance getrimmt ist. Leider sind die Riegel hier nicht meine schnellsten. Deswegen muss ich die mit RGB nehmen. Das sind nämlich die Dominator Platinum First Edition DDR. Ja, aber es steht nicht. Der von Miller schreibt, das ist doch schon die Werbung. Ja, genau darum geht es mir. Der Don Miller, deswegen schreibe ich da oder sage ich das ja gerade. Genau darum geht es. Es ist aber nicht ersichtlich, dass das gerade Werbung ist, weil im ganzen Video Werbevideo steht. Darum geht es. Deswegen regge ich mich ja gerade so auf. Es ist, also man sieht zwar, okay, das könnte wohl Werbung sein. Du musst trotzdem nachdenken. Du weißt es nicht. Und weil es unter dem Video steht, das reicht ja nicht. Aus dem Grund, weil man auf vielen Plattformen zum einen nicht reingucken kann, was unter dem Video steht. Und zweitens macht das ja keiner. Es muss im Video eigentlich meiner Meinung nach, meiner Meinung nach, ich will Roman gar nichts. Roman macht alles richtig. Ich will Roman überhaupt nichts. Aber meiner Meinung nach muss ganz klar ersichtlich sein, das, was wir gerade sehen, ist Werbung. Und das ist es hier nun mal nicht. Darum geht es mir, ne? Stito schreibt gerade, ich habe es so verstanden. Vielleicht kenne ich seine Videos so gut. Nein, Roman hat halt mit keinem Wort erwähnt, das ist jetzt Werbung. Dieses Video wurde gesponsert von MSI. Hat er nicht gesagt. Und darum geht es. Diese Scheiße, Entschuldigung, dass ich es so sage, diese Scheiße mit Werbevideo muss ein Ende haben. Das muss vorbei sein. Und ich hoffe, dass die Landesmedienanstalten irgendwann mal das Gesetz entsprechend rausbringen. Ich glaube, die sind da sogar bei, dass das endlich vorbei ist. Werbung muss als Werbung gekennzeichnet werden. Werbung muss als Werbung auch für den Zuschauer eindeutig zu identifizieren sein. Und das ist es in diesem Video nicht. Und nochmal, damit es ganz klar ist, das hat nichts mit Roman zu tun. Ich will Roman überhaupt gar nichts, sondern das machen alle YouTuber so, weil die von den Landesmedienanstalten dazu gezwungen werden. Ganz einfach. Da kann Roman überhaupt nichts für. Das nun mal als Klarstellung. So, jetzt entspannt weiter. Alles gerade im Gaming-Bereich und 64 GB im Creator-Bereich. Und es geht mit zwei Sticks absolut. Und ansonsten hat das Wort 19 plus zwei Phasen. Gute Kühlung. Wir können uns nachher unter Laster noch die Spannungswandel-Temperatur anschauen. Und der von Miller, er schreibt, JP macht das da auch nicht. Es geht ja nicht darum, dass andere das auch nicht machen. Die sind ja alle davon getrieben von den Landesmedienanstalten. Die müssen das ja alle machen. Wenn du sagst, JP macht das auch nicht, heißt das ja nicht, dass er es richtig macht oder falsch macht. Nur weil es ein anderer macht. Aber die müssen es so machen. Aber es ist meiner Meinung nach, also meiner Meinung nach, also in Sachen Legalität ist es richtig, was die da machen. Aber jetzt rein vom Sinne her ist es falsch. Das ist doch Blödsinn. Du kannst die Werbung nicht identifizieren. Ob das JP ist, ob das ein Roman ist oder ob das ein Monty ist. Ne, nur ich bin der, der noch kein Werbevideo reinschreibt, weil er noch nicht dazu gezwungen wurde. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr solides Board für alles, was ihr damit, ich sag mal, im Alltagsbetrieb, Alltags-Overclocking so anstellen wollt. Wir starten jetzt mal ganz kurz mit dem Aufbau des Spannungslayouts. Das ist für den 12.900K definitiv speziell. Ich weiß nicht, ob es sowas bei einer anderen CPU im Voraus schon mal gab. Ich glaube nicht. Deswegen jetzt auf dem Bild, was ihr sehen könnt, seht ihr eben links schematisch einfach nur da. Sehr interessant, was jetzt kommt, denke ich mal. Also das ist jetzt eine Sache, die mich jetzt tierisch interessiert. Hier stellt das Mainboard mit den Spannungswandern, als den VMs. Und rechts da unser blauer Block, das soll die CPU sein. Und als erstes, die Hauptspannung, die wir betrachten, es gibt natürlich noch viel, viel weitere Spannungen. Ich muss auch direkt dazu sagen, das, was wir heute machen, ist so einfach gehalten wie möglich. Denn der 12.900K ist tendenziell eine CPU, die ultra viele Overclocking-Optionen bietet, so viel Feintuning-Möglichkeiten, wo ich aber ganz klar sagen muss, dass 99,99999% der Leute das niemals brauchen werden. Das sind einfach nur Sachen, die selbst im Overclocking-Bereich nur in ganz seltenen Fällen bei manchen Benchmarkts was bringen. Aber für alles, was ihr 24-7 machen wollt, einfach nicht relevant ist. Und ich habe alle Sachen, die ich für größtenteils irrelevant halte, einfach rausgelassen, weil das ansonsten extrem umfangreich und komplex wird. Die erste Spannung, die wir uns anschauen, ist die gute alte Kernspannung, V-Core, V-Core, Core-Voltage, so kann man die bezeichnen. Die offizielle Bezeichnung sollte VCCIA sein, also die Spannung, Intel Architecture heißt die. Und die liegt typischerweise irgendwo zwischen 1,05 und 1,4 Volt, je nachdem, wie die CPU gerade ausgelastet ist. Und die befeuert die P-Cores, die E-Cores und den Ring. Also P-Cores kennt ihr, die großen Kerne der CPU, E-Cores die kleinen Kerne der CPU. Das sollte mittlerweile eigentlich jedem klar sein. Und der Ring ist letztendlich das Teil der Bus, der alle Teile miteinander verbindet, mit dem Cache und so weiter. Wird auch oft einfach nur als Cache bezeichnet, auch vom Mainboard BIOS abhängig. Sieht man dann auch oft als Cache Voltage zum Beispiel. Und dann gibt es noch was relativ Spezielles. Und zwar gibt es noch eine zweite Haupteingangsspannung von Bord zur CPU. Und diese ist eine Input-Spannung. Das kennen viele vom X299 Soccer zum Beispiel oder von älteren CPU, die sogenannte Fiverr verwenden. Ja, X299 hatte ich nie im Betrieb. Das ist ja so die Enthusiasten-Plattform. Wir hatten damals zwar relativ viele im Betrieb, aber mittlerweile ist das gerade bei Intel oder so ja, überhaupt nicht mehr Thema. Fiverr, Fully Integrated Voltage Regulators, bedeutet nichts anderes, als dass die Spannungswandler, die auf dem Mainboard sitzen, in die CPU wandern und das Mainboard die Spannung nicht mehr komplett selber steuert, sondern die CPU das intern macht. Und diese integrierte Spannungswandlung, das hatte man früher zum Beispiel 4790K gab es das oder bei den ganzen X299 CPUs. Und beim 12900K ist es interessanterweise so, dass es das auch gibt, aber dieser Fully Integrated Voltage Regulator eben nur für ein paar Nebenspannungen da ist, wie zum Beispiel den System Agent. Weißt du, was ich jetzt mal mache? Warte mal, ich muss mal eben kurz umschalten, weil ich nicht will, dass ihr das zufällig seht, wenn das jetzt auf dem falschen Monitor aufploppt. Das ist so ein Thema. Ihr habt ja gemerkt, wie mich das Thema aufregt. Das ist so ein Thema für einen Aufreger der Woche. Das Thema Erwerbung auf YouTube Deutschland, oder? Da schreibe ich mal eben in meine YouTube-Themenliste. Weil sonst vergesse ich das nämlich wieder. So ein Video muss ich doch mal unbedingt bringen. So ein richtiger Aufreger, so ein richtiger Auskotzer der Woche. Das muss, glaube ich, echt mal sein. So, weiter geht's. Relevant für Dinge, die mit dem RAM zu tun haben. Das bedeutet zum Beispiel extrem hohe RAM-Taktraten. Die brauchen eine höhere System Agent Spannung. Gleiches gilt für den Memory Controller an sich. Und auch der Level 2 Cache von den ECOS bekommt die Spannung durch den Fully Integrated Voltage Regulator. Da gibt es jetzt, glaube ich, noch sechs oder sieben weitere Spannungen, die da gemacht werden. Aber die sind alle komplett irrelevant. Aber trotzdem ist es krass, wo er das ja gerade sagt, wenn ihr mal so ein High-Aid-Mainboard seht, wie viel Spannung ihr da einstellen könnt, dann wird die aber auch schwindelig. Ganz ehrlich, also ich habe keine Ahnung, was das teilweise ist. Was er da erklärt oder so, ja, das habe ich alles schon mal gesehen. Aber ich sitze da auch vor und was? Was ist denn hier los? Er weiß das alles, glaube ich, auch ohne es nachschlagen zu müssen oder so. Aber ich habe da keine Ahnung von. Ich bin ja auch kein großartiger Overclocker. Mir reicht das tatsächlich so, die CPUs, wie sie halt ab weg laufen. ...alle nichts, die zu verändern. Das habe ich alles schon getestet. Deswegen habe ich die pauschal mal weggelassen. Da wir jetzt wissen, wie die CPU mit Spannung versorgt wird, schauen wir uns jetzt an, der Takt beim 12.900K beziehungsweise bei der 12. Generation Intel CPUs erzeugt wird. Wir gehen jetzt einfach mal von dem einfachsten Fall aus, dass wir einen externen Taktgeber haben, der einen Takt zur CPU führt. Das ist nicht immer der Fall. Einfach alles hochdrehen, bis es raucht. Aber bei allen Overclocking Boards wird es so sein. Deswegen vereinfacht. Wir sehen links den External Clock Generator und der liefert eben den BCLK, den Base Clock von 100 MHz, an die CPU rechts. Und in der CPU selbst haben wir dann die unterschiedlichen Multiplikatoren, die dann die Taktraten unabhängig voneinander, zumindest mal teilweise unabhängig voneinander erzeugen können. Und zwar den PCOR-Takt, den E-Core-Takt und den Ring-Takt beziehungsweise den Cache-Takt. Das bedeutet nichts anderes. Die meisten von euch kennen das. Ihr habt einen Base Clock von 100 MHz und sagt, okay, ich will ein Multi von 50. Dann haben wir einen PCOR-Takt von 5 GHz. Gleiches gilt dann für die E-Cores, die aber weniger Takt können. Was da zu erwarten ist, dazu kommen wir auch noch. Und gleiches gilt natürlich auch für den Cache. Auf die gleiche Art und Weise wird auch der RAM-Takt erzeugt. Aber mit unterschiedlichen Multiplikatoren, das sehen wir hier, von 8 bis 63 ist er verfügbar. Dadurch entsteht der RAM-Controller-Takt. Und hier gibt es auch eine Neuheit, denn der 12.100k hat zwei RAM-Controller. Was euch aber nicht weiter interessieren oder stören sollte. Und abhängig von diesem RAM-Controller-Takt haben wir dann wieder Multiplikatoren und daraus entsteht dann letztendlich der Arbeitsspeichertakt. Das Schöne ist, auch wenn das jetzt vielleicht alles ein bisschen komplex aussah, also das ist für die, die es wirklich ausführlich haben wollen, das Schöne ist, wir schauen uns das in gleichem BIOS an. Gerade was zum Beispiel den RAM betrifft, das funktioniert ja glücklicherweise heutzutage alles automatisch. Wir stellen einfach den RAM-Takt ein, den wir haben wollen und es funktioniert. Das machen wir dann gleich im BIOS. Das war früher auch mal anders. Da musste man auf jeden Fall beim RAM auch noch mit Multiplikatoren und so arbeiten. Aber ganz, ganz früher war sowieso alles anders. Da war der Bus-Takt ziemlich wichtig. Heute ist der Bus-Takt für die meisten eigentlich total ins Hintertreffen geraten. BIOS vom Unify Export. Das ist schon ein MSI-BIOS. Wir machen erstmal natürlich ein BIOS-Update. Das habe ich schon gemacht. Das neueste BIOS findet ihr immer auf der MSI-Homepage logischerweise beziehungsweise wenn ihr einen anderen Mainboard-Hersteller habt, dann bei eurem entsprechenden Mainboard-Hersteller auf der Website. Über F7 kommen wir in das erweiterte Menü. Da gehen wir erstmal hin und dann gehen wir zu OC. Und hier nehmen wir jetzt alle Einstellungen vor, die wir machen wollen, um unsere CPU hier beispielhaft auf 5,1 GHz auf allen Kernen zu übertakten. Wir gehen hier auf All Core und geben 5,1 ein. Das ist dann unser Takt, unser Multiplikator für die P-Cores. Gleiches machen wir bei den E-Cores. Die können ein bisschen weniger typischerweise. Hier gehen wir erstmal von 40 aus. Hier unten haben wir die AFO-X-Steuerungen. Wir machen AFO-X an, dass man AFO-X verwenden kann, wenn man das möchte. Es gibt mittlerweile ein paar Games, die AFO-X 1 und 2 verwenden. Die Frage ist jetzt, warum kann dann Auto nicht bleiben? Also eigentlich müsste Auto dann ja auch reichen, oder nicht? Würde mich jetzt mal interessieren. Stellen allerdings die Ratio auf 0. Das heißt, die CPU soll sich nicht runtertakten, wenn AFO-X verwendet wird. Weil wir gehen auf das aus, wir haben jetzt keine professionelle Anwendung. Die AFO-X verwendet und extrem krass die CPU belastet, sondern eben nur so ein bisschen über Games und dann ist das kein Problem. Sunman macht's gut. Ring-Ratio, die stellen wir auf 39 zum Start, also Ring bzw. Cache. Dann gehen wir weiter runter und aktivieren natürlich unser XMP-Profil. Damit ist der RAM komplett fertig eingestellt. Alles, was ich vorhin erklärt habe, könnt ihr euch damit sparen. Das sind alles Dinge, die da am Ende hinterlegt sind. Hier bei dem Referenztakt zum Beispiel oder bei dem Gear 2, Gear 4, was man hier alles einstellen kann. Das müsst ihr alles gar nicht machen. Das könnt ihr komplett so lassen. Wenn ihr den RAM übertakten wollen, würdet später, kann man natürlich auch machen, dann würde man hier den RAM-Takt verstellen. Wir können manuell fixieren auf 5200. Das ist auch das Gleiche, was hier unten schon drunter steht, über das XMP. Und wenn ihr den RAM jetzt übertakten wollen würdet, dann wäre das Einfachste, hier einfach hochzugehen und dann später zum Beispiel 5400 auszuprobieren. Das machen wir jetzt aber nicht. Nur so mal kurz noch als Tipp zwischendurch. Wir müssen noch die Load-Line-Calibration einstellen. Das machen wir unter dem Digit-All-Power-Menü. Die Load-Line-Calibration ist dafür verantwortlich, dass die CPU sich entsprechend verhält, wenn die Spannung angefordert wird unter Last. Wenn wir Mode 4 einstellen, wir sehen das hier rechts auf der Seite, dann fällt die Spannung minimal ab unter Last. Nicht zu krass, das wollen wir nicht. Also zum Beispiel bei Mode 8, da ist dann die Spannung unter Last sehr niedrig, was tendenziell für die CPU-Lebensdauer zwar besser ist, aber eben für unser Overclocking nicht. Und Mode 4 ist bei MSI zumindest mal ein guter Mittelweg. CPU-Core-Voltage stellen wir auf Override-Mode und stellen hier 1,30 Volt ein. Und den Rest müssen wir bei dieser CPU im Alltags-Overclocking tatsächlich nicht mal anfassen. Wenn ihr Feintuning machen wollt später, könnt ihr das tun, indem ihr dann zum Beispiel die E-Core L2-Voltage erhöht, falls ihr dann die E-Core krass takten wollt. Ich kann aber auch sagen, aus meiner eigenen Erfahrung hat es bisher nichts gebracht, das zu verstellen. Die E-Cores haben sich dadurch nicht signifikant höher takten lassen. Ja, takten lassen sowieso. Also meine Meinung ist ja zum aktuellen Übertakten, seit der Ryzen 2000-Generation, sage ich mal, dass die ganzen CPUs sowieso selbst sich sehr gut ans Limit takten. Du kannst sicherlich nur 1, 2, 3 Prozent rausholen, aber wirklich entscheidend ist das ja am Ende nicht. Also früher hatte es sich noch richtig gelohnt, CPUs zu übertakten. CPUs, die mit 4 GHz liefen, die liefen am Ende teilweise wirklich mit 5 GHz und dann haben dann 20, 30 Prozent mehr Leistung gehabt. Oder damals so ein Pentium 133 in meinem X, ich kann mich nur daran erinnern, den hat man auf 200 MHz takten können. Von 133 auf 200 MHz, das ist heute undenkbar. Heute ist man dann froh, wenn man mal 100, 200 MHz mehr überhaupt reinballern kann oder so. Also es ist mehr Prestige, so nach außen hin, hier meine CPU läuft so oder so, aber in der Praxis hat das eigentlich für mich überhaupt keinen Mehrwert. Allerdings natürlich wichtig ist, CPU-Input-Spannung, die steht hier auf 1,8. Ich empfehle dir, die auf 1,9 zu stellen, weil wenn die zu stark abfällt oder Last, dann ist das für die Stabilität manchmal ein bisschen schlecht. Und hier haben wir noch die DRAM-Spannung. Die müsst ihr aber nicht anheben, weil die wird über euer XMP-Profil angepasst. Das können wir uns auch anschauen. Das links ist ja die aktuell anliegende Spannung, was für 1,1 Volt DDR5 passt. Und wenn wir jetzt übernehmen mit F10 und gehen wieder rein, dann schauen wir uns mal an, wie sich die DRAM-Spannung verändert hat. Und da sind wir wieder im BIOS und jetzt seht ihr, hat sich nämlich die RAM-Spannung auf 1,25 und 1,8 Volt verändert. Das könnt ihr jetzt manuell setzen, ist aber nicht unbedingt Pflicht, wenn ihr das nicht wollt. Wenn ihr später... Aber die AUX Voltage ist wieder bei 1,792 auf Auto, hat er doch auf 1,9 eigentlich gestellt. Euren RAM dann übertakten wollt, zum Beispiel von 5200 auf 5400 MHz, dann setzt ihr das hier auf 1,35. Wir lassen es aber erst mal so, das sollte für das, was wir machen wollen, ausreichen. Eine Sache möchte ich noch kurz erwähnen und zwar ist das, wenn wir in das erweiterte CPU-Menü gehen, genau, Advanced CPU Configuration. Hier gibt es noch diverse weitere Optionen, zum Beispiel könnt ihr hier die E-Cores abschalten, wenn ihr wollt, ihr könnt die P-Cores abschalten, wenn ihr wollt, ihr könnt Hyperthreading, bei den P-Cores pro Kern abschalten und extrem viele... Man muss aber dazu sagen, das gibt es natürlich nur auf Boards, die auch speziell, also auf High-End-Boards, die natürlich fürs Übertakten gedacht sind. Also wenn ihr jetzt ein 100-Euro-Board kauft oder so, erwartet jetzt nicht, dass ihr diese ganzen Einstellungen da habt. Das wird nicht passieren. Die habt ihr nicht, schon allein deswegen, weil diese Boards rein mechanisch oder so auch gar nicht mit Overclocking umgehen können. Die Spannungsversorgung ist viel zu schlapp, also einfach komplett vergessen oder so. Aber bei High-End-Boards ist es natürlich mega, mega interessant, allein mal zu gucken oder so, wie schnell ist denn diese CPU eigentlich jetzt nur mit 8 E-Cores? Würde mich mal brennend interessieren. So einen Test werde ich sicherlich auch die Tage mal machen. Also warum nicht? Wenn man es da hat oder so, kann man es ja auch durchaus nutzen. Viele weitere Spielereien, die verstecken sich hier. Aber wie gesagt, aus meiner Erfahrung sind die für das Alltags-Overclocking einfach nicht relevant. Deswegen habe ich das komplett weggelassen. Was tatsächlich relevant sein könnte für euch, je nachdem, was ihr probieren wollt, sind natürlich die Power Limits. Beim 12900K sind die standardmäßig einfach auf das absolute Maximum gesetzt. Früher, wenn wir manuelle Overclocking-Tutorials gemacht haben, haben wir das auch immer genau auf diese Werte gesetzt. Ja, also sieht schon lustig aus, wenn da jetzt steht 4096 Watt. Natürlich werden die nicht erreicht. Es ist einfach nur nach oben hin offen, im Prinzip die Skala. Also jetzt nicht erschrecken, hier steht ja noch quasi die Zeit, genau die Tauzeit von 56 Sekunden für den erhöhten Takt, die ja mittlerweile bei den Standardeinstellungen nicht mehr relevant ist. Aber schon interessant, 4096 Watt. Also 4000 Watt hier, 56 Sekunden hier und so weiter. Wenn ihr aber zum Beispiel einen sehr, sehr schwachen Luftkühler habt oder sowas und sagt, ey, meine CPU wird mir einfach zu warm, dann könnt ihr hier beim Long Duration Power Limit auch ganz elegant einfach sagen, okay, ich limitiere meine CPU auf 100. Und das ist halt das, was ich vorhin gesagt habe. Einfach das einstellen. Bei Asus sieht das übrigens ganz anders aus als bei MSI, aber funktioniert in der Einheit genauso. Da kann man auch von 1 Watt auf 4096 Watt alles einstellen. Und dann einfach auf 180 Watt einstellen und dann läuft das mit Luftkühlung wunderbar. Dann braucht ihr nicht so eine teure Wasserkühlung oder teuer, also so mega teuer sind die ja nicht mehr. Aber wenn ihr jetzt einen passenden Luftkühler da habt, ist das halt einfach nicht nötig. Dann einfach entsprechend begrenzen und die CPU läuft wunderbar. Und ist kaum langsamer. 80 Watt. Dann kann die sich nicht mehr als 180 Watt gönnen und bleibt kühler. Da taktet natürlich auch ein bisschen runter. Mit einem manuellen Overclocking beißt sich das logischerweise. Das müsstet ihr dann rausnehmen. Da könntet ihr alles auf Auto lassen und dann einfach hier zum Beispiel 180 eintragen oder 150. Je nachdem, was ihr machen wollt. Also da könntet ihr ein bisschen rumspielen. Für das, was wir jetzt machen, lassen wir das aber alles komplett auf Auto beziehungsweise wir können natürlich auch einfach die Werte, die hier stehen, das kann man sogar nicht... Ja, genau so sieht es bei dem Asus Board nämlich auch aus. Kannst von 1 bis 4096 alles so manuell einstellen. Auf Hörsetzen tatsächlich spielt aber keine Rolle, weil Long und Short Duration auch das Gleiche sind. Also diese Zahl hier gibt an, die 56 Sekunden beziehungsweise 128 Sekunden, wie lange die CPU auf diesen Wert boosten kann und danach fällt es runter auf diesen Wert beziehungsweise nicht umgekehrt, es boostet auf diesen Wert und fällt dann runter auf diesen Wert, genau. Aber da das beides das Gleiche ist, spielt das keine Rolle. Und hier 512 und dann habt ihr alle Powerlimits komplett deaktiviert und die CPU zieht sich einfach richtig hart viel Leistung. Jetzt übernehmen wir das und gehen ins Windows. Im Windows sind die wichtigsten Tools CPU-Set, Hardware-Info und für unseren ersten Test einfach mal Cinebench R20. Oh, was ganz Neues. Hardware-Info kann man im Dark-Mode laufen lassen. Ist mir jetzt tatsächlich relativ neu. Durchaus interessant, weil ich mag ja diese ganzen hellen Einstellungen überhaupt gar nicht leider. 23, weil einfach 20 schneller geht. Ist der einzige Grund dafür. Erstmal, wenn wir rechts der Maustaste reinklicken in CPU-Set, dann sehen wir unsere P-Cores oben mit 5,1, die E-Cores mit 4 Gigahertz, so wie es sein soll. Beim RAM sehen wir dann 2600 MHz, was eben den 5200 Megatransfers per second entspricht. Das, was ihr hier als Uncore-Frequency lesen könnt, das ist letztendlich euer Ring-Takt. Und hier seht ihr auch den Memory-Controller-Takt. Und der ist eben... Und könnt ihr euch noch an meinen Stream erinnern, wie extrem die Frequenz da am Wackeln war? Warum auch immer, ob das jetzt ein CPU-Set-Fehler ist oder vom Mainboard oder so. Auf jeden Fall waren bei mir die Frequenzen ja, die gingen ja rauf und runter permanent. Also war natürlich ein Auslesefehler. Das war sicherlich in der Praxis nicht so. Aber interessant war es natürlich trotzdem zu sehen. Die Hälfte von unserem RAM-Takt, das ist das, was ich euch vorhin bei der Übersicht einmal gezeigt habe. Nachdem wir jetzt gecheckt haben, dass alles soweit passt, beziehungsweise wir können natürlich auch in Hardware-Info erstmal was richtig einstellen. Ich lasse es schon mal R20 laufen, jetzt wenn ich es so will. Schaut bei Hardware-Info, dass ihr hier immer die Polling-Period auf 500 Millisekunden stellt und dann Set drückt. Also alle halbe Sekunde wird quasi hier gemessen, was denn so abgeht. Weil ansonsten steht es immer auf alle zwei Sekunden. Das finde ich immer so ein bisschen lahm. Das habe ich jetzt schon umgestellt. Und wir sehen jetzt mit dem Setting, was wir gemacht haben, wenn wir noch ein bisschen runterscrollen, dann sehen wir die CPU zieht ihre 250 Watt. Wir haben knapp unter 11.000 Punkte. 11.000 Punkte wäre für das manuelle Overclocking für ein 12.900 K so ziemlich das Ziel, was man erreichen wollen würde, würde ich mal sagen. Und wir lassen es noch mal kurz laufen, aber ihr seht schon temperaturtechnisch mit der 360er IO sind wir schon in einem echt Toasty-Bereich. Ihr seht jetzt hier. Toasty. Okay, Toasty ist so ein Wort, das ich so nicht benutze. Ist aber natürlich durchaus lustig, auch wenn es dinglisch ist. Nach dem zweiten Run wird es natürlich noch ein bisschen wärmer, weil das Wasser dann tendenziell in der IO auch ein bisschen wärmer wird. Ja, 96 Grad Celsius. Also hier haben wir tatsächlich nicht mehr Spielraum als das, was wir jetzt gerade schon eingestellt haben. Das ist zu warm. Aber soweit ist alles richtig. Also im Prime oder so akzeptiere ich solche Temperaturen durchaus. Cinebench ist ja temperaturmäßig deutlich zahmer als Prime 95 und da ist mir das ein bisschen zu heftig, muss ich sagen. Weil die Temperaturen so in diese Richtung, die können ja zum Beispiel, auch wenn ich mit Premiere Pro mal ein Video-Render auftreten und 96 Grad, das ist viel zu viel. Nichts taktet runter, das ist auch ganz wichtig. Ja, ist denn eigentlich der Chat kaputt? Ole Michers, letzte Nachricht, hat der Bauer schon gemacht, steht schon gefühlt 10 Minuten da. Ihr dürft gerne schreiben. Ich höre, ich lese, was ihr schreibt. Wichtig, dass wir das unter der Last hier prüfen. Und das ist schon mal eine sehr, sehr gute Ausgangssituation. Geht doch. Eine Sache, auf die ihr auch achten solltet, wenn ihr mit dem 12.100k testet, ist, ob eure P und E-Course immer entsprechend ausgelastet werden, wie ihr das auch haben wollt. Und der Keks, der schreibt auch das erste Mal Moin Moin. Ja, guck mal, los geht's. Okay, die schreiben jetzt nichts Interessantes oder so. An das Monty Anker, die seht es gerade nicht. Aber immer passiert mal wieder was und shit. Das geht doch gar nicht. War da, hallo. Denn Cinebench A20, klar, da wollen wir die maximale Leistung haben. Da sind die P und E-Course immer zu 100% ausgelastet und so soll das auch sein. Interessant wird das nämlich, wenn man jetzt denkt, okay, jetzt wird's warm. Je nachdem, was er natürlich einstellt, aber ich glaube, jetzt wird's temperaturtechnisch deutlich kritischer. Ich mach den typischen Stabilitätstest mit Prime 590. Könnt ihr auch unterschiedliche Versionen probieren. Aber, wenn wir das öffnen, dann sehen wir schon mal, hier steht Number of Torture Test Threads to run. Also wie viele Tests... Muss dann auf 24 natürlich stellen, weil der 12900K 24 Threads hat. Test Threads, die CPUs verwendet, wird 16. Die CPU hat aber 24. Wir können das hier aber nicht auf 24 stellen, weil wenn ihr 24 einstellt, dann sagt er dir, ey, stell das mal zwischen 1 und 16. Und wir lassen jetzt einfach mal Blend als Konfiguration. Ist auch vollkommen egal. Upsi, so, 16. Blend nutze ich eigentlich nie. Ich nutze ja immer den hier oben, weil der wirklich so am heißesten wird, so wie es auch steht. Man kann natürlich auch händisch nochmal alles einstellen. Dann kann man die CPU noch so ein bisschen mehr ärgern. Aber eigentlich so der Small FFT oder so ist eigentlich so mein Test der Wahl. Also es geht ja wirklich nur um Maximum Power, Maximum Heat. Einfach den Hardcore-Stresstest, den die CPU durchhalten muss. Okay. Und was jetzt nämlich passiert mit Prime 590 ist relativ interessant. Die E-Cores, beziehungsweise der Thread Scheduler von Windows und von der CPU, die nehmen an, dass Prime 590 was ist, was eigentlich eher im Hintergrund laufen sollte. Die nehmen jetzt einfach an, dass es ein Programm ist, was im Hintergrund irgendwie was machen sollte und kein Game ist oder sowas. Und dementsprechend wird es hier mit der Priorität auf die E-Cores geschoben. Das ist tatsächlich ganz interessant. Weiß ich nicht, hatten wir das in meinem Test auch, ist mir so nicht aufgefallen. Weil ich habe hier relativ großzügig nur immer drüber hinweg gesehen. Also die Core-Usage habe ich mir gar nicht groß angeguckt, bin ich ganz ehrlich. Durchaus interessant. Das ist an sich jetzt eigentlich kein Problem. Ist nur aber so, dass wir damit eben natürlich die Stabilität der E-Cores wunderschön testen können. Aber die P-Cores hier immer bei einer deutlich niedrigen Temperatur und Taktaktik. Aber wie ich schon sagte, Temperaturen sind jetzt natürlich nicht so lecker. Muss man einfach so sagen. Jetzt geht es bei den E-Cores schon an die 100 Grad. Also ui, also übertakten oder so. Die hat eine fette Wasserkühlung dran. Also nein, ist zu viel. Die Auslastung, also die sind ja hier zwischen 60 und 70 Grad Celsius. Deswegen eignet sich Prime 590 aus meiner Erfahrung. Eine interessante Frage von Kirito, kommt da gerade rein. Hi Monty. Eine Frage, warum sind die Uncut-Uploads teilweise bis zu einem Monat nach dem betreffenden Stream? Rein Interesse halber, schreibt da in Klammern. Ganz einfach, weil ich meinen, das Monty Uncut-Kanal jetzt auch nicht so wahnsinnig regelmäßig mit Videos bestücke. Ich lade die Sachen da ab und zu mal hoch. Auch Aris schreibt, ich liebe dich. Unglaublich. Ich kenne dich nicht, daher kann ich nicht sagen, ich liebe dich. Aber schön zu lesen. Ich werde geliebt. Ja, es liegt aber daran, weil ich dort sehr unregelmäßig die Uploads aktiviere und so. Ich muss da auch so ein bisschen fleißiger werden. Nur das Monty ist natürlich mein Hauptkanal. Der erfährt von mir am meisten Liebe. Und das Monty Uncut wird noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Aber ich werde so ein bisschen darauf achten, sodass die Streams auf jeden Fall so ein bisschen schneller da online gehen. Also durchaus nachvollziehbar. Aber es hat einen Grund, ja, man könnte es vielleicht sogar so ein bisschen Faulheit nennen. Nicht, um den 12900K vernünftig zu testen. Zumindest mal nicht ohne Umwege. Aus diesem Grund würde ich euch tatsächlich Intel XTU zum Stabilitätstesten empfehlen. Das ist sehr interessant für diese CPU. Bietet auch viele verschiedene Optionen. Wir können auch mit AVX testen oder ohne, wenn wir wollen. Wir machen den CPU-Stresstest mal kurz an. Einfach mal für eine Minute. Und schauen uns an, was denn so bei der CPU passiert. Am wichtigsten ist immer, ihr schaut mal auf die CPU Package Power. Also auf die Leistungsaufnahme der CPU. Und wenn wir noch im Kopf haben, beziehungsweise wir sehen es hier noch rechts. Das war von Cinebench. Cinebench war also irgendwo so um die 250 bis 260 Watt. Ungewöhnlich. Für die CPU insgesamt. Und jetzt haben wir im XTU-Stabilitätstest aber nur 200 Watt. Was letztendlich bedeutet, dass die CPU um einiges kühler läuft. Das ist zwar näher am Gaming-Test, beziehungsweise an der Gaming-Last dran. Aber natürlich nicht an der maximal möglichen Auslastung für die CPU. Wenn ihr die CPU maximal auslasten wollt, dann könnt ihr das interessanterweise über den Memory-Stress-Test tatsächlich machen. Den machen wir einfach mal an. Okay, ungewöhnlich hätte ich jetzt nicht gedacht. Und wenn ihr den startet, dann seht ihr direkt, die CPU rastet komplett aus. Also das ist dann sehr ähnlich zum Cinebench von der Last her. Und jetzt kommen wir wieder zum guten alten Thema. Nein, nicht schick kraulen, weil schick hat sich natürlich jetzt gerade wieder passend hier dazugelegt. Weil gerade 19 Uhr, das ist eigentlich noch ein bisschen schick Schlafenszeit, deswegen sind sie noch ein bisschen müde. Ne, das alte Thema ist Stabilität. Denn man kann keine Stabilität nachweisen, sondern nur Instabilität. Das ist so eine Grundregel. Auch wenn es so ein richtig dämlicher Spruch ist, aber so ist es einfach. Denn ihr müsst euch jetzt überlegen, was wollt ihr mit diesem System machen? Es gibt viele, die sagen, ich teste, aus welchen Gründen auch immer, das lasse ich jedem offen, das System auf die maximale Auslastung und dann die maximale Stabilität. Das heißt, die verwenden dann zum Beispiel eben den Memory-Test von XTU mit der maximalen Auslastung und lassen das Ganze 48 Stunden laufen. Das kann man machen, wenn man will. Aber ich sage mal so, wenn ihr damit zocken wollt, dann entgeht euch da Leistung und die CPU läuft nie in dem Szenario, wofür ihr es getestet habt. Da werdet ihr mit dem ersten Test, der ca. 10-20% weniger Last hat, besser bedient. Und auch der ist eigentlich für Gaming noch viel zu viel. Weil kein Spiel zieht 200 Watt mit dem 12900K. Das wissen wir, glaube ich, mittlerweile alle. Der Igor hat es, glaube ich, mal intensiv getestet. Der hat einen schönen Bericht dazu geschrieben. Könnt ihr gerne mal reingucken. Also beim Zocken wird die CPU nicht ansatzweise so heiß, wird nicht ansatzweise so viel belastet. Also es ist deutlich, deutlich angenehmer. Doch zu krass, denn dieses Setup, so wie ihr es jetzt gesehen habt, ist alltagsstabil. In jeder Situation mit 5,1 GHz. Könnt ihr 300 Mal Cinebench laufen lassen und das ist stabil. Aber im Gaming-Betrieb kann ich das auch ganz einfach auf 5,2 stellen. Wenn ich weiß, ich mache nichts anderes als damit zu zocken, dann stelle ich das auf 5,2 und gebe gegebenenfalls ein bisschen mehr Spannung, wenn ich ein Stabilitätsproblem bekomme. Das bedeutet, man könnte von dieser Situation ausgehend, wenn das so alles funktioniert, einfach ins BIOS wieder zurückgehen, stelle das auf 5,2 und teste dann. Man zockt einfach. Man macht nichts anderes als zu zocken. So könnte das dann nämlich im Gaming-Szenario aussehen. Das heißt, ich habe die CPU jetzt auf 5,3 GHz laufen, 1,39 Volt. Das ist natürlich ein gutes Stück mehr. Aber ihr seht, die Temperatur ist halt absolut im Rahmen. Ja, nur was man natürlich aussieht, die 5,3 GHz bringen ja nichts beim Zocken. Ist ja ziemlich sinnlos. Thread-Usage steht hier ja, ist relativ niedrig. Ist natürlich auch der Grund, weshalb die Temperaturen niedrig sind. Das ist schön, dass man die CPU natürlich übertaktet, dass man das zum Zocken nutzen kann. Aber man hat kaum Gewinn, besonders in hohen Auflösungen. Mit hohen FPS und so sieht das natürlich auf jeden Fall ein bisschen anders aus. Da hat man sicherlich ein paar FPS auf jeden Fall Gewinn durch. Aber in hohen Auflösungen, anstatt 70, hat man dann vielleicht 71 oder 72. Und das macht den Braten einfach nicht fett. Da sieht man, dass so eine CPU, wenn sie dann mal im Gaming-Betrieb läuft, temperaturtechnisch, lasttechnisch einfach ganz anders aussieht, als das, was wir im Cinebench gesehen haben. Die läuft jetzt fröhlich mit den 5,3 GHz und ist temperaturtechnisch vielleicht im Peak bei 50 Grad Celsius. Wenn ihr dann mal irgendwann den Blue Screen bekommt, dann hebt ihr einfach die Spannung ein bisschen an. Von 1,3 auf 1,33, zum Beispiel 1,34 und behaltet einfach die Temperaturen mit Hardware-Info im Auge. Das könnt ihr einfach im Hintergrund weiterlaufen lassen, distract das und ihr könnt einfach schauen, was passiert denn da. Das wäre so meine Empfehlung, meine Herangehensweise, was ich für diese CPUs empfehlen würde. Ich habe für euch nochmal kurz eine Tabelle zusammengestellt. Da seht ihr so eine Erwartungshaltung für verschiedene Taktraten. Das, was ihr hier seht, bezieht sich jetzt eben auf die maximale Auslastung. Das bedeutet dann, der schlimmste anzunehmende Fall, ihr lasst den ganzen Tag Cinebench A20 laufen. Da seht ihr, mit Luftkühlung landet ihr irgendwo zwischen 4,9 und 5 GHz auf allen Kernen. Mit einer 360er IO bei 5 bis 5,1 und mit Custom-Wasserkühlung könnt ihr bis zu 5,2 GHz erwarten. Je nach Güte der CPU, je nachdem wie gut eure CPU ist und dann entsprechend noch die anderen Taktraten angegeben und auch die empfohlenen Spannungen von mir für diese Situationen. Jo, und das war es dann tatsächlich auch schon zum Übertakten von 12.900K. Auch schon. 12.900K bietet extremst viele Optionen, die ihr aber normalerweise nicht braucht, sondern macht einfach das so simpel wie möglich. Benutzt einfach nur die Kernspannung. Den Rest werdet ihr normalerweise nicht brauchen. Das macht es einfach nur viel komplexer, als ihr euch das wahrscheinlich vorstellt, weil wenn man das so simpel macht, dann geht es relativ fix, relativ einfach. Und mit den anderen Optionen könnt ihr in der Praxis meistens nicht mehr rausholen. Jo, alles klar. Dann sind wir eigentlich schon durch mit dem 12.900K. Overclocking, Basic Overclocking. Wir werden demnächst noch eine andere Variante mal machen, die nur noch ein bisschen fortgeschrittener ist. Da lege ich dann das hier als Basis zugrunde und denke mal, das machen wir so in zwei, drei Wochen. Alles klar. Falls ihr Fragen dazu habt, gerne unten rein, dann behandeln wir das vielleicht im Follower-Video. Bis dann. Ciao. Sehr, sehr cool. Also sehr ausführlich. Das Ganze natürlich mega, mega gut. Cool. Ja, allzu viele Fragen sind hier auf jeden Fall nicht zu sehen. Aber cool, wie Roman das immer macht oder so, das gibt es halt bei anderen in der Regel nicht so. Und vor allem so interessant. Also so sollte eigentlich jeder, der nicht mal allzu viel Ahnung hat, auf jeden Fall auch den 12.900K und natürlich auch die anderen Olderlec-CPUs halbwegs vernünftig übertakten können. Danke, Roman, für das schon wieder wunderbare Video und tschüss, das Monti ankommt.